Heidi Klum und Tom Kaulitz haben in den letzten Wochen eine harte Zeit durchgemacht. Doch jetzt ist es Zeit für einen Neuanfang. Die 50 ist ein Meilenstein im Leben und für Heidi Klum ein wahrer Wendepunkt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom möchte sie in die Schweiz flüchten, weit weg von ihrem langjährigen Zuhause in den USA. Dort fühlt sie sich bedroht und möchte einen Neustart wagen. Was für ein perfekter Zeitpunkt als ihren runden Geburtstag zu nutzen, um ganz von vorne anzufangen. Obwohl das Leben für das Topmodel und den Musiker in Los Angeles bisher traumhaft war, häufen sich die unheimlichen Ereignisse. Auf dem Anwesen von Heides Schwager Bill Kaulitz trieb sich nachts ein gruseliger Stoker herum, der die ganze Familie und sogar die Polizei in Atem hielt. Und als ob das nicht genug wäre, starben binnen kurzer Zeit drei Familienhunde, anscheinend wurden sie vergiftet. Diese Sorgen, vor allem um Heides Kinder, sind kaum zu ertragen. Es ist also nicht verwunderlich, dass Heidi Klum und ihre vier Kinder nun weit weg wollen. Heidi möchte unbedingt in die Schweiz kommen, verrät der Schweizer Designer Yannick Zamboni, ein enger Freund von Heidi. Um diesen Plan schnell umzusetzen, sucht er bereits nach einem luxuriösen Charlotte in den Bergen, einem sicheren Rückzugsort für die Klums. Yannick sucht mir ein schönes Plätzchen, sagt Heidi. Tom und ich suchen ein Haus mit Blick auf das Matterhorn. Heidi muss einfach in die Berge. Schon 2010 hatte das Model darüber nachgedacht, in die Schweiz zu ziehen. Angesichts der brenzligen Lage gibt es nun kein Zurückhalten mehr. Heidi und Tom werden flüchten und ein neues Leben beginnen, um sich endlich wieder sicher fühlen zu können.